Ich bin froh, euch zu sehen. Astari, schnell! Evakuiert die Stadt, bevor sie niederbrennt! Mia! Mia! Öffne die Augen, meine Königin! Mein Herz! Du kannst nicht länger hierbleiben. Wir müssen durch das Portal fliehen. Der Baum. Sie verbrennen den Baum. Das Kind! Rette es! Lass mich! Niemals! Ihr kommt weiter mit, Astari. Ihr habt getan, was ihr könnt. Befehlt den Priestern, mit uns zu kommen. Sie werden sich weigern. Die Benshi hat mir Sohn und Königreich genommen. Sie nimmt mir nicht meine Frau! Möge eure Göttin euch beschützen! Die Benshi hat mir so schnell. Die Benshi hat mir so schlecht. Die Benshi ist in der Karte. Die Benshi ist in der Karte. Die Benshi wird so leicht. Sturmwind weiß, euren Dienst an der Allianz zu schätzen. Bleibt wachsam. Ihr habt Mut bewiesen, Champion. An einem der dunkelsten Tage in der Geschichte der Allianz. Mein ganzes Leben habe ich für den Frieden gebetet. Doch dieser Traum kann niemals Wirklichkeit werden, solange Sylvanas die Horde anführt. Sie glaubt, diese Untat breche unseren Geist und unsere Einheit. Aber ich schwöre, die Allianz wird überdauern und die Schreckensherrschaft der Banshee-Königin wird ein Ende finden.